Ah, verdammt, jetzt habe ich vergessen die Aufnahme zu starten. Ach, das sind auch nur zwei, drei Minuten, was ich da jetzt fehlen. Ich habe jetzt hier einen Bürger gerettet, geholfen und diesen Aussichtspunkt bekommen. Mehr war das jetzt auch nicht. So, holen wir uns direkt den nächsten Aussichtspunkt? Nein, habe ich nicht. Da, wenn wir uns den nächsten Aussichtspunkt... Los, 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 los. Aber wo muss ich jetzt hin? Das ist die große Frage. Auf jeden Fall sind wir in der Türkei, sagt die Flagge hier. Ah, wir müssen da runter. No. Raus. Und auf die Leiter. Oh, da vorne ist irgendwo jemand. Den brauchen wir. Nein. Komm hoch. Ei, ei, ei. Nein. Aber danke der Nachfrage. Dann gehen wir mal runter, vielleicht können wir da unten irgendwo reinlaufen. Komm. Da. Volllassen. Die wollen uns doch bestimmt nicht durchlassen, ne? Boah. Geh weg. Ich habe ich. Oh, kriege ich auch noch. Boah. Und noch mehr. Und einfach... REN! Low Forest. Nein. Noch schlechte. Weg. Komm, auf die Leiter. Lauf. Komm, Gummi. Wie konnte er nur ein Kommen? Profi, Mann. Ich bin Profi. Verstehst du das? Wie die auch alles rumspringen können. Ich fände es einfach lustig. Wenn ich dich jetzt erwische, ich könnte echt nichts dafür. Gut, dass ihr gekommen seid. Perfekt. Es ist mir eine Ehre. Was benötigt ihr? Der Brief, den ich euch gab, muss in Salah al-Dins Lager gebracht werden. Sucht nach dem, den sie Hisham nennen. Er wird euch helfen. Aber erzählt keinem anderen davon. Niemand wird es erfahren. Dann ist unser Gespräch beendet. Ähm, Taschendiebstahl. So was jetzt auch, ey. Oah. Lauf. Jetzt hab ich's verkackt. Lauf. Geht weg, geht weg, geht weg. Ich muss nämlich flüchten. Naaah. Dann noch sind wir weg, noch sind sie uns nicht. Und... Abwarten. Er wird zurückkehren. Gehen wir. Natürlich kehre ich zurück. So, da komm ich nicht mal hoch, ne? Also nochmal. Oh, Taschendiebstahl. Komm her, mein Freund. Und... Komm her, mein Freund. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.